Herzlich willkommen Leute bei der zweiten Folge von Minecraft Star Wars. Ich war hier etwas lang. In der letzten Folge habe ich mir eine Abstimmung gemacht, ob wir wohnen wollen im Zift-Tempel oder nein. Ich werde natürlich auch noch ein Haus so bauen, so Solo. Aber da werde ich auch nicht so oft drin sein. Also wenn die Atherkönig glaube ich die beiden binden. Mein Haus und meine Zift-Tempel. Und wir müssen da rein, wenn wir Kristalle finden wollen, müssen wir jetzt in die Mina am besten. Äh, hier rein. Das gibt's hier ganz oft noch Kristallhöhlen am Gipfel. Ah, Kristallhöhlen gibt's hier, das weiß ich. So. Jetzt werden wir etwas hier unten verhaben, weil wir brauchen ja auch noch Teile für, äh, ja, für unser Laserschwert. Ein Leer-Schwert ist einfach nur so... Das beste Rückenhandel hier. Wir haben es selbst gebaut. Was war das denn? Salz. Ach ja, stimmt. Salz ist gestorben. Ganz, äh, ganz, ganz coole Sache war. Früher war eine Handvoll Salz gold wert. Leute, wenn ihr wisst, wie viel heutzutage man da hinkriegt. Stell dir vor, es gibt's jetzt eine Zeitmaschine. Du nimmst einfach für ein, für ein, zwei Euro den Salz auf dem Supermarkt und kannst das Zeug in der Vergangenheit für richtig viel Gold vertickern. Muss man sich jetzt mal überlegen. Dann wär man wirklich frei. Ich seh ich gerade unterirdischen Dinge. Ja, nicht. Oder. Ich kann nicht mehr hoffen, dass wir... Ich kann nicht mehr hoffen, dass wir... Heute hier drüben ein so den Christalfink. Oder ja, ein Gold, ne? Muss ja hier drüben. Äh, das ist Kopperohren. Was ist das? Ja. Ja, Kopperohren. Das ist Kopperohren. Was ist das? Ja, Kopperohren. Ich kann aber auch sehr viel mit Star Wars. Star Wars. Hu 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 hu. Okay. Okay. So. Äh, dann gucken wir auf unsere Spieker. Später. Haben wir alles mit. Dann kommen wir auch hier unten aus. Fürs Erste so eine kleine Base hier. Hier bauen wir so eine Base auf. Und wir suchen ja noch etwas nach. Du kommst ja drüben. Auch so hier schon eine zweite Folge. Wir haben noch zweite Folge Zeit. Bis... wir hier auch langsam und leute was ich auch bemerkt hat ist die erb das erste item was man im inventar hat hier also auf dem rücken weil ich bin unsichtbar zum teil die größten zeit unsichtbar aber ja mein körper nicht mehr als spitzer gewollt nur ist das leben manchmal wird immer als spitzer gewollt ja also obsidian ist hier viel zinn salz habe auch keine ahnung wofür wir den ganzen salz brauchen wir mit dann vielleicht brauchen wir ja für irgendwelche star wars crafting rezepte auch cool das ist ja auch so dass das hier so so hell ist wenn man den in der hand hat manchmal ganz praktisch wenn man nur wenn man keinen spitzer gebraucht gerade wenn man den auch ausmütig damit es wunderschönen sind und dann kann man einfach mal so durchgehen und so ich weiß was wir hier hinten vielleicht noch finden ich weiß was wir hier hinten vielleicht noch finden Aber auf alle Fälle haben wir jetzt schon auf keinen Fall wirklich gut dran geraten. Weil auf keinen Fall, also nicht so viel Vorarbeit, also aufgemachen. Nur ganz kurz möglich, würde es aufgehen. Wie gesagt, ich dieses Let's Bay auch sehr lange halten möchte. Oh, geil, das ist mir auch besser. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Also Eisen muss zu 100% nicht? Es gibt ja auch so Dier, die rum haben oder geziften. Oh, aber da zifft die Kacke aus. Also Dier. Später können wir uns auch noch 5.5 Uhr holen. Das war mal interessant. Wärme zu künften. Ich hab neue Erzgeber. Blei. Oh Gott. Ab sofort haben sie so viele Kacke. Ach, bald sollte ich auch mal wieder... Genau das meine ich. Das sind die Jägi-Kristalle. Wie von der Macht gefunden sind. Der ruft nach mir. Ich versuch mir das mal abzuleuten. Ist das überhaupt... Was ist das? Und jetzt kommt so ein bisschen, Das ist jetzt nie. Wenn ich so, dass ich so, die ich nicht so lege und das allied will. Der ist ja nicht so lege aus. Ich dachte bitte in dieser Hülle gibt sie mehr als nur ein Kristall. Was auch dumm wäre, wenn es nur ein Kristall gibt. Aber, ey, diese Hülle wird uns noch so lange ernähren von Erden. Also, ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. Ich habe doch noch eine Dierspitze kommen, die abgeboren. So, respektive ichantly noch, das, was zu executen ist. So, hier geht's uns jetzt in die Dierspitze. So, hier geht's zum jetzt, den ich vier Osium. Dann geht's euch so um so in den Versen Laurentgt. Ich nehmecy bei diesem Holz mit einem Scheß. believed ich davon binствеig者. so aber das ist schon ein paar Mörder U. U. Ihr könnt verstehen, wir würden schon beim 17-16-Bilden. Ich muss mal auf, ob ich das so füllt hätte. mit aber ein mit 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 und es gibt und 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 ich dachte schon wieder mit wieder ein Leute ich teste gerade gleich mal er geht eben mal auf auf der Welt das abwarten haben leute ich hab das geheimnis entfüllt da war nämlich gerade noch auch noch ein goldener kristall man muss darauf rechten klick machen so wird der rausgezogen mit der Macht stimmt in Star Wars geklommen was der zu erfolgen von dann muss das auch alle mit der Macht rausziehen also wird das die meisten mit der Macht rausgezogen oh das ist wieder einer kann ich auch vielleicht demonstrieren der ist klein blut am dunklerer medium ja schon ein paar kristalle gesammelt muss gucken wie man sich so Doppelleder schon bauen kann so einer ist ja auch ganz nice aber leute ich würd sagen was für diese Folge hoffentlich hat euch gefallen wenn ihr die Daumen nach unten dann würd sagen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal